Heute geht es um Fallbacks in CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es um das Support Tag und wir werden uns heute damit beschäftigen, wie ihr abfragen könnt, ob etwas in einem Browser funktioniert oder nicht funktioniert. Und das Ganze ist ziemlich cool, nicht wirklich schwer und es funktioniert sehr einfach. Was heißt, wir werden das gleich mal ausprobieren. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, findet die oben in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt einen Link zu Discord Community beziehungsweise zu dem Community Server dieses Channels, wo ihr einfach Fragen stellen könnt, andere Fragen beantworten könnt, euch mit Gleichgesinnten austauschen möchtet oder sowas, steun einfach der Community und ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um sogenannte If-Statements. Nein, Spaß, heute geht es natürlich um CSS, aber wir müssen uns If-Statements als erstes mal ansehen. Jeder von euch, der jetzt schon einmal mit einer Programmiersprache gearbeitet hat, wird diese Syntax kennen. Ihr habt eine Regel, eine Bedingung. Wenn diese erfüllt ist, wird Code ausgeführt oder wenn diese nicht erfüllt wird, wird beispielsweise anderer Code ausgeführt. Das Ganze, wie gesagt, ist eine If-Bedingung und eine Art Regel. Diese Syntax kann man jetzt auch in CSS verwenden. Und zwar geht es um die sogenannten Support-Tags, beziehungsweise um Support. Was heißt, ihr habt hier auch einfach eine Bedingung. In diesem Fall ist die Bedingung irgendein CSS-Attribut. Und wenn dieses Attribut unterstützt wird, dann soll Code ausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden. Was heißt, ihr könnt beispielsweise auch ein Not-Operator verwenden, dazu später mehr, um beispielsweise zu sagen, wenn dieser Tag nicht unterstützt wird, dann nutze etwas anderes. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das Ganze ist ziemlich simpel. Wir werden jetzt direkt damit loslegen. Und ja, auf geht's. So, los geht's mit dem eigentlichen Code-Tutorial. Ihr seht hier, wie immer, meine Live-Entwicklungsumgebung. Das Video dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Allerdings, anders als sonst, haben wir hier unseren Erzfeind auch eingeblendet, und zwar Internet Explorer. Und zwar geht es ja heute um Browser-Kompatibilität. Und es gibt einfach kein besseres Beispiel als den Internet Explorer, zumal er beispielsweise das Support-Tag auch noch nicht unterstützt. Aber das ist nicht wirklich ein Problem, weil ich euch gleich zeigen werde. Heute haben wir hier nicht wirklich viel. Ich werde hier ein und zwei Div-Container gleich hinzufügen. Und wir haben eine Main-SaaS, in der eigentlich nur mein Standard-Code ist, was heißt einfach nur Boiler-Plate-Code, der für dieses Video egal ist. Unser Code kommt gleich hier unten hin. Hier in der Seite habe ich meine Standard-Entwicklungsumgebung, wie gesagt, und in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze mache ich jetzt zu, brauchen wir nicht. Sondern als erstes brauchen wir mal ein bisschen Code. Und zwar füge ich mir dazu einfach mal einen Div-Container in unseren HTML-Bereich ein. Und zwar habe ich hier einen Div-Container, der hat die Klasse Box. Und das Ganze speichere ich ab. Wir sehen jetzt hier noch nicht wirklich, dass irgendwas passiert ist, sondern wir müssen Box erstmal noch ein bisschen stylen. Und zwar sage ich jetzt hier, zack, er kriegt die Hintergrundfarbe Prime, Höhe und Weite 10 RAM. Jetzt habt ihr ja schon gesehen, hier kriege ich zwei Vierecke. Unser erstes Ziel ist, wir wollen das Ganze jetzt einfach mal mit einem sogenannten Clip-Pass rund machen. Das heißt, unser Ziel ist, aus diesem viereckigen Container eine runde Kugel zu machen. Das Ganze ist relativ simpel. Wir können beispielsweise hierzu einfach ein CSS-Attribut verwenden, nämlich Border-Radius setzen wir auf 50%. So ist es in beiden Browsern rund. Das Ding ist, Border-Radius funktioniert eigentlich für diesen Verwendungszweck ganz gut. Und muss man sagen, allerdings ist es nicht der schönste Weg. Was heißt, mit einer sogenannten Clip-Pass, also einer Maske, kann man viel schönere Formen und viel sauberer diese Formen ausschneiden. Wenn ich jetzt hier reinklicke in den Explorer beispielsweise, mir das Element mal untersuchen lasse, sehen wir hier, Border-Radius wird verwendet. Dasselbe gilt auch hier oben bei Chrome. Was heißt, es ist eigentlich nicht Chrome, sondern es ist eigentlich Brave, aber es ist ein Grotinium-Browser. Und zwar haben wir hier auch Border-Radius. Das Ganze funktioniert also ganz gut. Ich mache das auch mal unten rein, dass wir das später besser vergleichen können. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, das Ganze mit einer Clipping-Maske machen. Und hierzu nutzen wir jetzt unser Support-Attribut. Und zwar sagen wir jetzt einfach Add. Und hier sagen wir Supports, Klammer auf, Klammer zu. Und sagen hier einfach Clip-Pass, Klammer auf, also Clip-Pass, zack. Und sagen jetzt hier Circle. Und Circle sagen wir jetzt einfach 5rem at Center. Was heißt, wir wollen einfach eine runde Kugel machen. Und das ist jetzt unser If-Statement. Was heißt, wir haben hier eine Bedingung, eine Rule erschaffen. Und zwar, wenn das hier vom Browser Valid betrachtet wird, dann soll etwas passieren. In unserem Fall wollen wir dann auf unsere Box-Klasse, wollen wir einfach, ja, mehr oder weniger exakt das hier legen. Was heißt, das lege ich jetzt hier einfach drauf. Speichere das Ganze ab. Und ihr werdet sehen, wenn das hier aktualisiert hat, dass nichts passiert ist. Was heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke und das hier aber untersuche, sehen wir hier, dass auf Box Clip-Pass Circle applied wurde. Was heißt, hier wird jetzt Border-Radius quasi ignoriert. Ich kann das auch ausblenden, wie ihr seht. Und es bleibt trotzdem rund. Wenn ich das hier oben ausblende, dann wird es viereckig. Was heißt, in Chrome sagt ihr, okay, diese Bedingung ist erfüllt, kann ich nutzen, nehme ich so hin. Unten im Internet Explorer hingegen, wenn ich hier auf Elemente oder Suchen gehe, sehen wir weiterhin Border-Radius. Und hier ist nirgendwo irgendwas mit einer Clipping-Maske zu sehen. Was heißt, im Internet Explorer ist es weiterhin einfach Border-Radius. Das ist auch das, was ich damit meine, dass man das nicht umdrehen kann. Normalerweise würde ich nämlich hingehen und sagen, ich nehme meinen Best-Practice-Fall, wie beispielsweise ich nehme die Clipping-Maske und füge diese hier oben ein und sage, wenn das hier nicht supported ist, was heißt, ich würde hier den Not-Aperator verwenden. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann möchte ich hier unten Border-Radius als Fallback quasi verwenden. Diese Syntax so ist sinnvoller. Funktioniert allerdings mit dem Internet Explorer nicht. Wie ihr seht, hier unten ist es weiterhin ein Viereck, weil einfach Supports vom Internet Explorer nicht unterstützt wird. Was diesen ganzen Tag ein bisschen relativ macht. Was heißt, man kann damit aber trotzdem wunderbar arbeiten, wenn man es einfach genau spiegelverkehrt macht. Was heißt, wenn man immer in Supports quasi den Best-Practice-Code schreibt und das Fallback einfach auf die normalen Klassen bzw. in die normale Syntax. Aber wir können damit ja nicht nur Clipping-Masken erstellen, sondern auch andere Fallbacks bauen, wie beispielsweise Grid. Grid wird der ein oder andere von euch kennen. Das ist eine ziemlich coole Technik, Layouts zu erstellen. Ich kopiere mir hierzu einfach mal ein paar Diff-Container hier rein. Und zwar haben wir hier einen Diff-Container. Dieser hat die Klasse Grid-Body und dann drei Untargeted-Container mit der Klasse Grid-Box und der Klasse Box, damit die auch alle wieder schön aussehen. Ihr seht hier schon, unsere runden Kugeln haben wieder zugeschlagen. Das schmeiße ich hier mal eben alles raus. Sondern ich sage jetzt, okay, wir wollen jetzt Grid-Body stylen. Das Ganze ist ziemlich simpel. Und zwar definieren wir uns jetzt hier oben einfach wieder Grid-Body. Sagen Weite 33% bzw. 33%. Dann was machen wir? Wir wollen natürlich jetzt dafür sorgen, dass Grid funktioniert. Unsere Boxen innerhalb von Grid-Body sollen standardmäßig als Fallback quasi definieren wir mit Float. Float funktioniert im Internet Explorer, weil es schon uralt ist und hier, wie ihr seht, wunderbar funktioniert hat. Wir können jetzt hingehen und sagen, unserer normalen Box quasi einfach noch Margin 0, 0 oder 1rem 0, 0. Speichern das Ganze ab, haben jetzt hier auch jeweils ein paar Abstände dazwischen. Allerdings ist Float keine schöne Methode. Was heißt, jeder, der mit Float schon einmal gearbeitet hat, weiß, wie schnell das Ganze zu Bruch geht. Und Grid ist hier einfach viel widerstandsfähiger und besser in jeder Hinsicht. Deswegen sagen wir jetzt, okay, wenn unser Browser Grid supportet, dann soll etwas passieren. Und zwar hat er jetzt gerade hier schon wieder einfach Border-Radius angeschlagen. Was heißt, ihr seht, hier oben Chrome funktioniert. Was heißt, das hier unten schlägt an. In dem Fall wollen wir allerdings nicht Border-Radius verwenden, sondern wir wollen hier unser Grid-Body verwenden. Sagen hier Display Grid und können jetzt noch ein paar weitere CSS-Attribute verwenden, nämlich einmal Grid-Template. Und zwar sagen hier einfach, wir wollen drei Spalten haben mit jeweil einem Abschnitt, also einer Einheit und sagen als letztes noch Grid-Gap und sagen hier einfach ein Rem. Das Ganze speichere ich jetzt ab und habe noch nicht drei Spalten. Jetzt drei Spalten hier oben mit Grid gestaltet, mit hier ein Rem als Zwischenschritt. Hier unten, seht ihr, sieht das Ganze nicht ganz so sauber aus. Das liegt ein bisschen daran, dass ich hier unten einfach nicht so reingescrollt bin wieder oben. Aber wenn ich hier reingehe, sehen wir, ich habe hier weiterhin Float-Applied. Es ist nutzbar. Also ich kann es hier unten im Internet Explorer darstellen. Wenn ich allerdings das richtig unterstütze, sehe ich hier oben, okay, ich habe hier immer noch Float. Warum habe ich hier noch Float drin? Aber es funktioniert nicht. Was heißt, ich habe hier irgendwo einen Fehler, glaube ich. Ah ne, ich bin aber auf dem falschen Ding. Jetzt müsste ich es sehen. Ja, hier wird Grid-Applied. Was heißt, ich kann jetzt hier das Ganze einfach mit Grid steuern. Ich habe also eine bessere Möglichkeit, hier oben mein Layout zu gestalten, als hier unten mit einem wunderbaren Fallback. Und so kann man quasi auch komplexere Designs future-proofed umsetzen. Was heißt, ihr könnt volle Kanne den neuen Code hinzufügen. Aber wenn ihr wirklich müsst im Projekt beispielsweise den Internet Explorer 11 supporten, das geht mittlerweile relativ. Da hält sich das in Grenzen. Wenn man jetzt nicht gerade Grid und noch ein paar andere Ausnahmefälle verwendet, kann man das ganz gut machen. Allerdings so etwas wie beispielsweise den IE8 oder älter ist natürlich schon der Horror. Und da eignet sich diese Support-Geschichte super, weil im Falle, dass irgendwann euer Projekt nicht mehr diese alten Browser unterstützen muss, könnt ihr einfach hingehen und sagen, wir löschen jetzt alles raus in unserem CSS-Code und nehmen einfach nur noch das, was in Support drinsteht. Das heißt, damit könnt ihr euch das Leben deutlich einfacher machen. Und ich finde es eine wirklich coole Erweiterung zu CSS. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung. Twitter, Discord, Instagram, Facebook. Joint einfach, sagt hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel supporten möchtet, findet ihr dort auch eine Kanalmitgliedschaft, die euch ein paar nette Gimmicks gibt. Und natürlich Amazon Affiliate bzw. einen anderen Affiliate-Partner, wo ihr einfach diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.